Die Spezialgebiete bei Schröder & Schröder sind zum einen Miet- und Wohnungseintumsrecht sowie Familienrecht. Die Gebiete betreut meine Frau. Mein Spezialgebiet ist das Medizin- und Luftverkehrsrecht. Im Bereich Medizinrecht betreuen wir sowohl Patienten als auch Ärzte. Ärzte kommen proaktiv, in dem sie sich beraten lassen, wenn sie Gesellschaften eingehen, Abrechnungsprobleme haben, PP. Mandanten kommen in der Regel, wenn es um Arftungsfragen geht, natürlich nach einer OP und wollen überprüft haben, ob und inwieweit die OP fehlerhaft war und ihnen Ansprüche zustehen. Also im Bereich Luftverkehrsrecht kommen zu uns Piloten, mittelständische Luftfahrtunternehmen, aber auch Wartungsbetriebe, die die Luftfahrzeuge warten und instand setzen. Maßgeblich bei der Bearbeitung dieser Fälle ist, dass sich diese ausschließlich nach europäischen Rechtsnormen richten, die anzuwenden sind und das ist sicherlich eine Spezialität, die nicht viele Leute beherrschen. Wir sind spezialisiert in unseren Gebieten, haben uns fortgebildet, haben durch viele Mandate umfassende Erfahrung gewonnen und diese Spezialisierung und Erfahrung können wir an unseren Mandanten nach über 30-jähriger Tätigkeit weitergeben.